Jedes Mal, wenn ich ins You-Cinema gehe, in Olde oder in Ove trinke, gehe ich noch kurz bei der Sichtbar vorbei und schaue, was die Kreation des Monats ist. Raffi, magst du mich überraschen mit dem Cocktail of the Month? Ja, natürlich. So, dann erzähl doch mal. Ja, unser Monatscocktail ist der Melon Cup und passt natürlich zum warmen Wetter. Es gibt nichts Geileres, als frische Wassermelonen in dieser Hitze zu essen. Und wenn du das noch barst mit Vodka, dann hast du diesen schönen, smooth Cocktail, der noch ein bisschen Prosecco rein kommt und dann ist es noch ein bisschen prickelt. Perfekt für den Sommer. Das ist barstsprach, smooth. Okay. Ja, und wo fängt man denn da an? Also, das Wichtigste, frische Melonen. Da haben wir jetzt eine Mischung zwischen Honigmelonen und Wassermelonen. Und dann kommt ein wenig Sirup. Noch eine blitzige Zuckerlösung. So. Und dann nehmen wir das ganze Stampen. Schmeckt das sicher schon. Boah, es schmeckt so fein. Und jetzt ein Eis. Und jetzt eine Bodka. Und noch ein wenig Prosecco aufwüllen und jetzt ein wenig spritzig. Das sieht perfekt aus. Dekoration. Nehmen wir mal ganz einfach einen Wassermelonen-Schnitt. Und das Röhrchen. Und fertig wäre unser Cocktail. Also, kannst du mir ganz schnell noch mal sagen, was ist das genau? Ja. Also, das ist der Monats-Cocktail. Der Melon Cup. Perfekt jetzt für die heißen Tage. Er ist frischend. Er ist fruchtig. Er hat eine schöne Süße drinne. Und es ist natürlich auch prickelnd und Prosecco drinne. Prickelnd? Ja, du hast mir jetzt gerade selber Lust gemacht. Deswegen bin ich so frei. Oh my god. Wann ihr ins Jusinema kommt und wenn ihr heisst habt, dann kommt beim Rafi vorbei und trinkt einen Melon Cup. Ausgemachte Flatbread. Würdest du es gerne noch so machen? Ja. Mega game. Go, Bargod. Oh ja, Pfeffer. Perfekt. Was haben wir da drauf? Das sind Veperoni, Pilzen, Mozzarella, Cheddar und Oliven. Ich muss wissen, diese Hammer Flatbreads, die haben wir auch bis zu 30 Minuten vor Feierabend noch bekommen. Alles sichtbar. Und ich probiere es. Schauen wir mal, ob es dazu passt. Passt super zu haben. Es ist schwer, ein bisschen Hawaii, aber aufteilt auf Flatbread und Drink. Es ist perfekt.